Hallo und herzlich Willkommen bei The Darkest Dungeon. Wir sind in den Meeresshöhlen, kurzer Trip mit der Gunai Barbarin, Bataillon, Aussätzige, Damus, Na und Maria, Vestalin, meine Heilerin. Okay, los geht's. Mal kurz schauen, wer Fallen entschärfen kann. Aussätzige. So, Fackel. Oh, drei, vier. Tschüss, Wrack. So, drei, vier. Darkest Dungeon. Kontakt. Vier T-Systemler. Aua, Aua, Aua. So, fängt hier gerade nicht so schlecht an. Aua, 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 Aua. Aua, 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 A sauber Schaden Zwei. Bluten. So. 90% aller Räume. Dann gehen wir mal Richtung Norden. Ja, der Na, der kann gut Fallen entschärfen, wollte ich gerade sagen. Der fängt sich 18 Stress ein. Die Aussätzige. Moment. Unheimliche Koralle. Irgendwas stimmt mit dieser Koralle nicht. Sieg entfernt. Zwangkraft. Ja, klasse. Räppchen. 100. Erkunden. Was erwartet uns? Eine Kuriosität und den Kampf. Wie jeder weiß, bin ich YouTube-Anfänger. Und ich habe kein besonderes Mikro. Ich weiß gar nicht, ob ich beim Let's Play bleibe. Das ist ja nur so ein Hobby von mir. Müssen wir Stress heilen? Nein. Nicht schlecht. Damals. Äh, Maria? Du heilst denn die Aussätzige? Acht Schaden? Sieben einstecken. Aua, aua, aua. So. Heil'n. Continue the Onslaught! Destroy them all! This expedition at least promises success. Ja, aber wir mussten schon ganz schön einstecken. Aber ich habe viele Lebensmittel mitgenommen. Weil die Vestalin ist nicht so gut im Heilen wie der Okkultist. Prinzipiell finde ich den Okkultisten besser, weil der auch eine bessere Fernwaffe hat. Ach, bin ich da jetzt reingegangen oder nicht? Doch. In den Raum meine ich. Manchmal ist das so, dass wir in bereinigten Räumen nochmal einen Kampf haben. Die Vestalin hat als Accessoire den Anhänger des Vestalin. Das ist Medicus, plus 15% Heilfähigkeit. Und Anhänger des Glücksspielers, plus 15% Max LP. Der Weg zu finden, ist einfach nur das erste Test. Jetzt muss es nach Hause gebracht werden. Welche Räume haben wir noch? Vier. Vier Räume noch. Die Lebensmittel gehen jetzt auch langsam zur Neige. Jetzt haben wir so einen komischen Wischkadawer. Wischkadawer. Okay, super. Darkest Dungeon. Erkunden. Ein Kampf direkt danach. Und eine Kuriosität. Manchmal sind auch geheime Räume zu finden, aber ganz selten. Kommt der Kampf? Ertrunkener Diener und Dornkopf. Ja. Gegen Stress. Brauchen wir nichts machen. Den haben wir nicht. Wir haben eher Probleme mit den Lebenspunkten. Die Aussätzige blutet auch noch. Aber ich... Eine Bandage hilft. Der Formation ist broken. Maintain die Offensive. Hat nichts Schaden. Ja, dann... Minus 10% Stress. Sonst könnte er nichts machen. Heilen ist wichtig. Er fehlt. Schade. 9 Schaden. 9 Schaden. Gegenangriff. Oh, Mann. Junge, Junge. Das sieht nicht gut aus. Der Weg ist lit. Der Weg ist klar. Wir brauchen nur die Kraft, um es zu folgen. Kontakt. Ich habe ein ungutes Gefühl diesmal. Ich weiß nicht. Jedes Spiel läuft anders. Nein. Heilen nicht. Ja, das ist schwierig jetzt. Wieder braucht Heilung jetzt. Bei mir. Ich bin jetzt echt fertig mit der Welt hier. Ich kann da gar nicht hinschauen. Mein Gott. Ich brech den Kampf gleich ab. Ich verliere meine ganzen Accessoires. Das gibt es doch gar nicht. Wie läuft das denn überhaupt hier ab? Wie läuft das denn überhaupt hier ab? Kann ich im Kampf abbrechen? Zwölf Ein Lichtblink Ein Lichtblink Ein Lichtblink Prodigisize alone does not dissuade the sharpened blade Nein Nein Teetering on the brink Facing the abyss Erf 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 Nein Erf 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 So ein Quatsch habe ich noch nie erlebt. Ich kann gar nicht weiterkämpfen. Total peinlich. Was mache ich jetzt? So kann ich nicht weiterkämpfen. Die sterben hier weg. Ne, ich muss aufhören. Flucht. So ein Mist. Wie ist das denn alles? Wie ist das denn gelaufen? No. Dafür haben wir noch einigermaßen viel Geld. Viele gesammelte Schätze bekommen. Furcht vor Bestien. Besessen von materiellen Dingen. Gut. Gut. Also ehrlich gesagt. Ist mir noch nie passiert. Beacon of Golden Hope. Okay, sehr schön. So, das war's. Tschüssi. Woche 31. Schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen. No, ich nebel. Tschüssi. Bye. Vielen Dank.